ja herzlich willkommen zu einer kleinen info zu einer kleinen ankündigung ich werde heute abend um 18 uhr auf youtube wieder live streamen und zwar das halbfinale vom crappy valentine cup und zwar ist das diesmal in louisiana und ja ansonsten die regeln sind halt die gleichen wie auch schon beim qualifier top 20 kommt dann ins finale die zehn schwersten fische nur posen ausrüstung fangen jede form von kreppi da gibt es jetzt weißer und schwarzer und die gibt es auch in junik wetterbedingungen oder wetterbericht ist sonnig hier sind noch mal die preise preise die anderen preise werden auf die vier auf die plätze von vier bis zehn verteilt ja 60 leute machen damit wie gesagt top 20 kommt weiter jetzt kann man mal kurz gucken louisiana und die kreppis die weißen werden auf jeden fall bis 2,1 kilo schwer ich denke mal die schwarzen auch nur die wurden halt bisher noch nicht so oft gefangen ich werde mich denke ich mal auf die weißen konzentrieren ein spot habe ich da auch schon in louisiana und dazu denn mehr heute abend um 18 uhr wie gesagt einfach auf meinem youtube kanal das wird dann wenn ihr auf meinem kanal seit wird der livestream automatisch eingeblendet ihr müsstet dann auch eine nachricht bekommen und dann läuft das schon und ausrüstung nehme ich eigentlich die gleiche wie in wie in madwater river muss ich muss mal gucken ob ich den haken ich denke mal mit vier wird das genauso gut gehen wie mit anderen haken ja wieder wieder auf jeden fall mit blutegel tiefe müssen wir dann noch mal gucken welche wir da nehmen gut ja dann erst mal bis heute abend 18 uhr und dann viel spaß und danke tschüss